Was macht dich so erfolgreich mit dem, was du tust? Was ist denn dein Geheimnis für erfolgreiches Verkaufen? Und die kurze Antwort ist Rollenspiele. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfach Verkaufen. Hier ist wieder dein Oliver. Wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann bin ich ein paar tausend Kilometer entfernt von Europa und darf mal wieder ein paar wahnsinnig tolle Eindrücke mitnehmen, denn ich bin gerade in Florida, also in Orlando, um es genau zu nehmen. Und ich begleite wie im letzten Jahr hier wieder einen Kunden, Geschäftspartner und auch mittlerweile sehr guten Freund auf einem Business-Trip. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich der amerikanische Markt und der deutschsprachige Markt funktionieren und wir wiederum doch in bestimmten Dingen sehr gleich denken und handeln. Und wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann befinden wir uns gerade in den Vorbereitungen für eine viertägige Messe und bereiten uns darauf vor, wie spreche ich die Leute an, wie schaffe ich es, sofortige Aufmerksamkeit für mich und meine Produkte oder auch Dienstleistungen zu erhalten. Und dazu frage ich natürlich auch amerikanische Verkäufer hier vor Ort, wie sie solche Dinge vorbereiten bzw. auch allgemein an das Thema Verkaufen rangehen. Und eine Frage, die ich gestellt habe, war, was ist denn dein Geheimnis für erfolgreiches Verkaufen? Und die kurze Antwort war Sales Role Playing. Every day, 20 minutes before we go live. Das heißt übersetzt, das Erfolgsgeheimnis ist Verkaufsrollenspiele, jeden Tag, immer 20 Minuten, bevor wir zum Hörer greifen und den Kunden kontaktieren. Und das finde ich in der Hinsicht so faszinierend, weil ich mittlerweile selbst ein großer Fan von diesen Verkaufsrollenspielen bin, weil wenn ich mich früher an eigene Verkaufstrainings erinnere, also wo ich noch Angestellter in meinem Unternehmen zu Trainings geschickt worden bin, dann gab es eine Sache, die ich überhaupt nicht mochte, ja um sogar mal direkt zu sagen, ich habe es einfach gehasst. Und zwar genau das, was die amerikanischen Verkäufer hier erwähnt haben, Rollenspiele. Und ganz ehrlich, wenn ich damals vor über 10 Jahren schon gewusst hätte, welche Ergebnisse das erzielen kann, wie schnell man damit lernt, anstatt sich mit irgendwelchen Aufzeichnungen zum Thema Einwandbehandlung zu beschäftigen, dann hätte ich das viel früher auch schon für mich als Verkäufer genutzt. Heute nutze ich es auch sehr regelmäßig, allerdings mit meinen eigenen Kunden. Wir trainieren genau das, was eines der Geheimnisse ist von erfolgreichem Verkaufen. Und dieser amerikanische Verkäufer meinte noch, Oliver, es gibt doch nur vier Dinge, die deine Kunden als Ausrede bringen, nicht kaufen zu wollen. Der Preis, keine Zeit, wir wollen noch abwarten oder das Vertrauen in das Produkt. Und die ersten drei sind alle total leicht entkräftbar, doch die Frage bezogen auf das Produkt hat etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen zu dir und Vertrauen zum Produkt selbst. Und hier ist es am wichtigsten, nicht die Antworten zu trainieren, sondern welche Fragen stelle ich dem Kunden in diesem Moment zurück. Und in ihrer eigenen Firma nennen diese Verkäufer das Sales Success Meetings. Und jeden Morgen von 7.40 Uhr bis 8 Uhr wird eine Box hingestellt, wo sich die Namen der Verkäufer darin befinden. Und dann wird gezogen, wer mit wem die nächsten 20 Minuten trainiert. Auge in Auge gegenüberstehend wird 20 Minuten trainiert, um sich bestens auf den anstehenden Verkaufstag vorzubereiten. Und mal ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass so etwas in deutschen Unternehmen stattfindet, im deutschen Unternehmensvertrieb? Oder besser gefragt, wie viele Unternehmen und ihr Vertrieb machen sowas generell? Also ich würde behaupten, gerade mal eine Handvoll. Und wenn ich sehe, mit welcher Motivation, mit welchem Enthusiasmus diese Verkäufer an dieser Sache herangehen, dann leuchten mir die Augen, weil ich das absolut faszinierend finde. Weil die Ergebnisse sprechen zu 100% dafür, genau das jeden Morgen zu tun. Alleine dieses Selbstbewusstsein, was daraus wächst, ist einfach gigantisch. Und ich spreche immer von Simulation, weil eine Simulation ist die beste Möglichkeit, an die Realität heranzukommen. Und genau diese Sales Roleplays sind eine Simulation, die dich an die Realität heranbringt. Genauso wie Piloten in einen Simulator steigen, um alle Eventualitäten zu trainieren, um wiederum in der Realität bestens darauf vorbereitet zu sein, genauso trainieren diese Jungs jeden Morgen in ihrem Rollenspiel jede Eventualität, um später im Verkaufsgespräch wortwörtlich keine Bruchlandung zu erleiden. Ja, um das mal wieder am Beispiel des Flugsimulators zu bringen. Weil es schafft dir eine unheimliche Stabilität in solchen Situationen. Du weißt, es wird passieren. Diese Situationen werden im verkäuferischen Alltag kommen. Und du bist genau damit bestens darauf vorbereitet. Weil dein Gehirn weiß, hey, das hatte ich doch vor ein paar Minuten heute Morgen in unserem Training. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe und was ich zu sagen habe. Und ein weiterer guter Hinweis, den dieser amerikanische Verkäufer gebracht hat. Er hilft den jungen neuen Verkäufern, die in das Unternehmen kommen. Und er trainiert sich damit selber immer noch mit. Und ein weiterer wichtiger Hinweis von ihm. Es muss einfach eine realistische Verkaufssituation sein. Also ein kontrollierter Widerstand, damit auch die neuen Verkäufer eine realistische Chance haben, Erfolgserlebnisse zu bekommen. Und dann wird mit der Zeit dieser Widerstand immer wieder angepasst, um diese Ergebnisse noch nachhaltiger und auch erfolgreicher zu gestalten. Und es kommen immer wieder die gleichen Widerstände wie, ich bin gerade beschäftigt, ruf mich zurück, ich bin nicht interessiert und so weiter und so weiter. Und einen weiteren wichtigen Punkt, den ich aus diesem Gespräch noch für mich herausgenommen habe, ist einer der häufigsten Punkte, dass dein potenzieller Kunde sagt, ich habe momentan keine Zeit dafür. Warum geht der Kunde jetzt ans Telefon? Warum nimmt er sich genau jetzt in diesem Moment Zeit dafür, ans Telefon zu gehen? Und er wird Zeit haben, wenn es genau das Richtige für ihn ist. Denke mal darüber nach. Er wird sich nämlich die Zeit nehmen, wenn er verstanden hat, dass das, was du ihm gerade anbieten möchtest, auch genau das ist, was er zukünftig braucht. Wenn er mit dir, deinem Produkt, deiner Dienstleistung, in Zukunft viel Zeit sparen wird, nimmt er sich jetzt ein paar Minuten Zeit für dich. Wenn er mit dir, deinem Produkt, deiner Dienstleistung, in Zukunft viel mehr Geld verdienen wird oder sich Geld sparen wird, nimmt er sich jetzt ein paar Minuten Zeit für dich. Und deine Aufgabe ist es, ihm das innerhalb von ein paar Minuten klarzumachen und genau das sind diese Situationen, die in solch einem Rollenspiel immer wieder trainiert werden können. Ein zusätzlich wichtiger Aspekt, den mir dieser Verkäufer sagte, ist, wie schnell kommen wir nach einem Urlaub wieder in den Rhythmus? Wie schnell bist du wieder in deinem Verkaufsmodus? Manchmal dauert es Tage, manchmal vielleicht nur ein paar Stunden. Und genau diese Rollenspiele helfen dir dabei, es lieber nur ein paar Stunden dauern zu lassen, anstatt ein paar Tage. Auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, der auch mir wieder die Augen geöffnet hat und den ich auch wieder für mich und meine Kunden umsetzen werde. Auch eine super Aussage von ihm, wenn du etwas liest, dann trainierst du nur dein Leseverständnis. Wenn du etwas hörst, dann trainierst du auch nur dein Hörverständnis. Wenn du jedoch etwas wirklich tust, dann wirst du es in Zukunft auch wirklich tun. Und er brachte dieses schöne Beispiel von einem Instrument. Nur durch das Lesen von Noten heißt es noch lange nicht, dass du die auch spielen kannst. Nur durch das Hören von Musik oder durch Hören der Musik von dem Instrument, welches du lernen möchtest, heißt noch lange nicht, dass du es auch spielen kannst. Nur durch das Spielen selbst wird sich dir die Chance bieten, dieses Instrument auch später vor anderen zu spielen. Ein Rollenspiel ist also nicht irgendein akademischer Lernansatz, sondern es wird dich auch wirklich vorbereiten, eben genau auf die Dinge, die ich mit meinen Kunden vorbereite und tue. Und wenn du jetzt merkst, okay Olli, genau das möchte ich doch auch. Ich möchte in mich investieren und diese Rollenspiele mit dir für mich verkäuferisch nutzen, um noch besser zu werden, dann findest du in den Shownotes wie immer den passenden Link dazu, zu meinem Mentoring-Programm. Und lass uns gemeinsam genau das trainieren, um dich zu einem noch besseren Verkäufer zu machen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ansonsten gebe ich dir gerne noch einen kleinen Tipp vorab. Schnapp dir einen Kollegen, trainiert gemeinsam eure Kundengespräche. Und wenn keiner da ist, mach es dir noch einfacher und verkaufe doch mal deinem Spiegelbild, dein Produkt oder deine Dienstleistung. Wobei es natürlich immer mehr Sinn macht, mit einem echten Menschen zu trainieren, um auch echte Ergebnisse zu bekommen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Wochenstart. Beste Grüße aus Amerika. Und wir hören uns, wenn du wieder möchtest, natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Das war dein Oliver. Bis dahin. Mach's gut.